Hallo Leute, willkommen bei einem neuen Display auf diesem Kanal. Ich hab das im Spiel gefunden und ich hab mir gedacht, das können wir uns mal reinziehen. Ich hab das auf der Seite von Limbo gefunden, auf der Steam-Seite und hab mir gedacht, das ist ziemlich geil. Naja, ich schau mir mal an, wie das Spiel so ist. Okay, alles klar. Das sieht nett aus. Okay, 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 okay. Oh, what the fuck. Kann ich? Okay. Was? Da ist einfach ein Monster einfach mal hinterher rennen. Egal. Okay, okay, was? Was zur Hölle? Alles klar, das war das erste Level scheinbar. Okay. Ich muss sagen, das sieht richtig geil aus alles. Okay. Oh, ja, ja, okay, scheinbar geht's in dem Spiel darum, dass man einem Tier mit roten Augen, mit roten Augen hinterherläuft oder sowas. Ähm. Ja. Was? 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 Okay. Was zur Hölle? Was zur Hölle? Wieso? Äh. Ja. Ich muss nur sagen, das gab kein Hauptmenü oder so, das Spiel hat direkt so angefangen. Ich hab einfach auf Aufnummer gedrückt. Was muss ich machen? Äh. Oh, okay. Was? Okay, das muss ich hier rüber, rüber schieben. Okay, okay. Oder auch nicht. Okay, was? Muss ich hier drauf drücken oder muss ich hier... Achso. Okay, und jetzt, ähm... Einfach weiter, würde ich sagen. Ähm. Ich hoffe, ich mache alles richtig. Ich... Keine Ahnung. Ähm. Äh, was? Achso, ja, natürlich wieder hinterher rennen. Was sonst? Ah. Okay. Diese epische Musik. Diese epische Musik. Okay, okay. Und da ist ein Tier. Okay. Und jetzt? Äh. Alles klar. Dieses Spiel ist so brainfuck. Ich verstehe einfach gar nichts mehr. Was ist das? Warum läuft der weg? Der ist ziemlich mal größer als wir. Und dann wartet er auch noch auf uns. What the fuck? Das macht extrem Sinn. Okay. Vielleicht ist es ja nur ein Tutorial oder sowas. Wer weiß. Sieht mir sehr danach aus, weil man macht ja naja noch nicht so viel. Äh. Achso. Geht's darum, dass man diese Tiere befreit, oder? Alles klar. Ich bin gespannt, wie das Spielen wird, dann. Das war tatsächlich ein Tutorial. Also der, der, der scheint mir sehr schnell. Dieser Junge hier. Oder was auch immer das für ein Tier ist, das wir gerade spielen. Okay. Kann ich irgendwie schneller? Okay. So stirbt man. How to die. Jetzt einfach wieder. Ja. Genau. Was? Oh. Okay. Okay. Da. Vielleicht muss ich die... Bienen irgendwie... Oh. 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 Alles klar. Oh. Dazu sei es der Typ wieder. Diese... Dieser kleine Wichser. Was auch immer der macht überhaupt. Keine Ahnung. Okay. Äh. Äh. Was? Achso. Okay. Okay. Das ist... Das ist so verwirrend, das Spiel. Was? 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 Und darum ist jetzt irgendwas... Irgendwas aufgegangen oder sowas? Was? Achso. Ich dachte, man kann Double Jump. Das hat gerade so ausgesehen. Ah ja. Ah ja. Okay. 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 Jetzt macht es Sinn. Ähm. Ja. Also interessantes Spiel, würde ich sagen. Okay. Sieht man meinen Mauscursor hier? Okay. Ich geb nochmal drüber. Ah. Ja. Das war toll. Oh Mann. Wieso? Wieso? Ich bin doch von der Kante gesprungen. Okay. Nochmal. So. Okay. Ja. Das war nicht so Interlegenz. Ah. Fuck. Ah. Ganz knapp. Ganz knapp. Oh Mann. Ich bin der Beste. Oh Gott. Ja. Genauso. Und. Ja. Wie geht's wohl weiter? Hm. Das ist der Loading Screen immer. Hm. Hm. Okay. Das. Jetzt. Jetzt wirft der Bomben, oder wie? Okay. Okay. Oh. 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 Rätsel. Okay. Was muss man hier machen? Wie kommt man hier hoch? Braucht man eine Kiste, oder so? Ah, ja. Okay. Ja. Ich muss hier mal hoch. Was macht der? Oh. Alles klar. Ich würde ja gerne... Ja. Genau. So. So. Die Bienen hier überall. Was ist hier los? Okay. Okay, was? Ähm. Nee. Ich... Ach so, ja, okay. Vielleicht muss man nicht... Ja, ja, okay. Was macht Sinn? Ah, okay. Ja, läuft. Oh, eine Katze. Die sieht hässlich aus. Was ist denn das? Wie viele Insekten sind hier? Das habe ich auch noch nie gesehen. Oh. Ah. Okay, der ist da unten. Mit seinem Käfig. Nicht, dass er rennt. Nein, er wartet immer. Nice. Ich denke mal, ich muss die Kiste von hier rum... Ja, genau. Das... Ja, 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 genau. Das würde ich jetzt machen. Ich denke mal, ich muss hier hoch erstmal und nicht hier rumbacken. Genau, so. Die Kiste von da oben, würde ich sagen. Aber hier, äh... Diesen kleinen hier auch noch. Ja, genau. Sind 26 muss man von denen, okay. Ah. Äh, okay. Ich glaube, ich weiß, was man machen muss. So. Ja, genau. Äh. Ja, okay. Das haben wir auch geschafft. Okay. Das ist einfach richtig krank gemacht, das Spiel. Richtig geil, finde ich. Aber irgendwie diese Insekten, das sieht irgendwie komisch aus. Was ist das? Okay. Äh. 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 Jetzt. Hä? Oh. Oh, ich habe nicht aufgepasst. Scheiße. Da waren ja diese Zeichen. Scheiße. Äh. Äh, äh. Äh. Nicht das. Das. Ähm. Ich weiß, dass... Das hier war ganz sicher. Das habe ich vorher gesehen. Das glaube ich auch gesehen zu haben. Ah. Scheiße. Äh. Oh. Ja. Okay. Das war's. Yay. Yay. Okay. Das heißt, man muss sich die merken. Okay. Das ist gut zu wissen. Also ein Kreis mit Beinen. Oh, das sieht sehr depressiv aus.